Auf dem Test-Server ist ein neues Event gestartet und zwar nennt sich das Ganze der Traumgarten. Bei uns auf den globalen Servern ist es dann am 1.6.2023 um 2 Uhr soweit, wo dieses Event starten wird. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal drauf. Als ich das Ganze in den Patch-Notes gelesen habe, habe ich gedacht, dass es jetzt eventuell ein Event wird, was wir so bis jetzt noch nicht gehabt haben in AFK-Arena, aber diese, ich sage jetzt einfach mal Puzzle-Events, dazu haben wir natürlich jetzt schon öfters mal in AFK-Arena gehabt. Da haben wir dann ja die horizontalen und die vertikalen Quests, die wir abschließen können, wo wir dann natürlich auch für jede einzelne Quest-Belohnung erhalten, aber dann horizontal hier eine von den Kisten. Hier ist ein bisschen Verbrauchsmaterial drin mit Hotelmünzen, roten Emblemen, Embleme für die Gravuren, Ködern und so weiter. Wenn wir das Ganze vertikal abschließen, dann erhalten wir insgesamt zwei von diesen Kisten. Also auch hier ist dann derselbe Loot drin, Aufgaben wie zum Beispiel 20 mal Bestien beschwören oder erhalte zwei Elite-Reißer-Kopien während des Events. Das haben wir mit jeder Fraktion, also von den normalen, sage ich jetzt mal, schicke 120 Kameradenpunkte. Fünfmal die Helden leveln lassen, da gibt es dann natürlich, wie gerade eben auch schon erwähnt, immer einzelne Belohnungen. Es gibt aber natürlich auch eine Hauptbelohnung, nachdem man dann alle Quests abgeschlossen hat und die können wir hier oben schon tatsächlich eingeblendet sehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt auf die Kiste und hier haben wir etwas komplett Neues und zwar, ich sage mal so, erstmal wie früher immer die Helden, die wir dabei haben, in dem Fall sind es Rowan, Peggy, Pipa, Raku und Flora. Flora, natürlich jetzt rein von den Helden gesehen her, der hält mit dem meisten Wert, dadurch, dass sie ein himmlischer Held ist. Wenn man jetzt nur rein auf die Performance des Heldes, sage ich jetzt einfach mal, achtet, dann ist hier Raku schon mit der beste Rowan aber auch nicht schlecht. Aber was wir neu haben, ist hier tatsächlich eine Bestie zur Auswahl. Das ist jetzt auch leider nur die eine Bestie, ich sage immer die Lyka dazu, weil die ungefähr so aussieht wie Lyka. Ist jetzt nicht mit die beste Bestie, aber falls man die eventuell noch nicht haben sollte, könnte man die hier natürlich auch rauspicken und die dann irgendwie in der Bestienresonanz hochleveln oder so. Also das ist natürlich eine Wahl. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, was werdet ihr hier rausnehmen. Ist es dann die Flora, ist es dann eventuell doch der Raku oder nehmt ihr dann doch die Bestie mit? Das würde mich echt interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Das soll es gewesen sein zu dem Video vom Event. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, Startzeitpunkt ist der 1.6. bei uns. Wir sehen uns, macht es bis heute auf jeden Fall gut und ciao. Wir sehen uns, macht es bis heute auf jeden Fall.